Das musst du wissen. Ja, du musst aber, er muss das... Ich gehe davon aus, dass Deutschland gewinnt. 2-0 oder 3-1, was denkst du? Ja, 2-0. Ich könnte schon 3-0 gewinnen, glaube ich. Dann sage ich 3-1. Erstes Spiel, immer ein bisschen nervös. Ich glaube, das ist so ein typisches 1-1. Ja, ich gehe von einem Wunsch her, ich sage 2-1 für uns. Ich glaube, beide Mannschaften werden weitergehen deswegen. Ich sehe da eine rote Karte für Marokko irgendwo drin. 1-0. Hoffen wir mal für uns, dass wir das Spiel gewinnen, aber einfach jetzt nicht. 2-1 ist mein Tipp. 3-1. Ich sage eher 1-0, glaube ich. Kein Tag. Vielleicht, also für mich vielleicht so ein Unentschieden. Ja, ich würde auch eher... So wie Deutschland, Spanien ein bisschen... Ich würde 0-0 sagen. 0-0 oder 1. Dann sage ich 1-1. Abonniert, ich sage das hier. 2-0. 2-0. 2-0.